Moin Leute, ich grüße euch zu diesem Video und ja, ihr seht mich selten lachen hier bei diesen Nachrichten, aber manche kann man wirklich nur mit reinem Humor nehmen, denn sonst kann man das hier nicht mehr aushalten. Das wissen wir ja mittlerweile zu Genüge und Frau Baerbock, ja, das ist die mit den Kobolden, mit dem Strom in den Leitungen speichern und zahlreiche andere wirklich berechtigte Kritik, die es an ihren Äußerungen gibt, hat ein Interview mit BAMS, also Bild am Sonntag geführt und da hat sie allen Ernstes gesagt, Zitat, ja, ich traue mir auch das Kanzleramt zu. Muss ich was sagen? Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber besonders gepickt mit dem Zusatz, wo sie weiterhin sagte, für alle, die gerade im Gespräch sind, gilt, niemand ist als Kanzler vom Himmel gefallen, alle müssten im Amt dazu lernen. Und jetzt kommt's, ich selbst hatte bislang zum Beispiel noch kein Regierungsamt und dann möchte man direkt mit einem der Höchsten in diesem Land beginnen? Sollte man da nicht vielleicht mal kleinere Württchen backen und dann jemand anderen den Vortritt lassen, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat in dem Bereich, sei es aus der Koalitionspartei oder aus der eigenen Partei? Und genau so frage ich mich auch, seit Monaten oder Jahren ist es ja eigentlich schon so, letzte Bundestagswahl ist jetzt drei Jahre her, nächstes Jahr haben wir die nächste, dann sind vier Jahre vorbei. Die Grünen haben keine zweistellige Prozent, wenn ich's richtig im Kopf gehabt, die hatten neun Prozent vor drei Jahren. Klar, die Umfragewerte aktuell sehen ganz gut aus, so um die 17 Prozent, plus minus pendelt immer ein bisschen hoch und runter. Aber warum wird dieser Partei die ganze Zeit eine solche riesengroße Plattform gegeben? Eine Plattform, um sich darzustellen, um Werbung für sich zu machen, um ihre Ideologien, ihre, Klammern, Verbote vorzustellen und ihre Wunschträume darzulegen von Verboten für unsere Gesellschaft. Weil der Nanny-Staat, der muss ja dafür sorgen und muss ja dafür Sorge tragen, zu entscheiden darüber, was ich als Bürger und wir alle als Bürger und als Volk machen sollen, können, dürfen und was wir eben nicht mehr machen sollen, können und dürfen. Und das kann doch nicht sein. Ich bin doch ein vollmündiger Bürger, bin jetzt 37 Jahre alt geworden letzte Woche und kann doch für mich selber entscheiden, dies und jenes zu tun oder auch nicht, dieses oder jenes zu lassen. Das hat 37 Jahre lang ganz gut funktioniert, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Die Kommentare sprechen Bände und, Moment, erst will ich nochmal auf Kritik eingehen, weil ich hab ja gerade schon die Kobolde in den Akkus angesprochen, wo ja nebenbei gesagt auch von dem Interviewpartner nicht widersprochen wurde. Ja, man möchte ja diese Kandidaten auch selten vorführen. Genauso der Strom, der in den Leitungen gespeichert wird, aber es gibt ja auch noch zahlreiche andere Kritik. Und so zum Beispiel kamen die ja gerade, letzte, vorletzte Woche habe ich darüber berichtet, Zitat, Gnade uns Gott, wenn Frau Baerbock oder Herr Habeck Bundeskanzler werden. Geäußert von dem Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg von der CDU. Und er hat nämlich ganz stark kritisiert, was die Frau Baerbock im Bundestag für eine Rede bezüglich dem neuen Bundeshaushalt getätigt hat. Und entweder Frau Baerbock hat den Bundeshaushalt nicht gelesen oder verstanden, oder ihr Schreiberling, quasi ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter, den sie wohl haben muss, hat das Ganze nicht gelesen oder und verstanden. Denn was da für Fehlinterpretationen drin waren, guckt euch dazu mein Video von der letzten Woche oder vorletzten Woche gerne nochmal an, bezüglich dieser Kritik des Mannes, das ist absolut ein Armutszeugnis, was da für Äußerungen getroffen wurden, die inhaltlich ja wirklich komplett falsch waren. Und das sind so viele Punkte, nicht so, ja gut, hat man nicht ganz verstanden, einen Punkt nicht kapiert, was weiß ich. Kann jedem passieren, keine Frage. Ich bin selber nicht unfehlbar. Wie oft mache ich hier Fehler? Bestimmt in diesem Video sind auch wieder sieben, acht Fehler dran. Ja, natürlich. Darüber diskutieren wir dann aber in den Kommentaren. Und darauf gehen wir dann in einem nächsten Video oder in einem Livestream gemeinsam ein und diskutieren das. Und das ist ja das Wichtige daran. Okay, zurückzukommen auf die Kommentare. Da sind wirklich ein paar interessante und gute dabei. Vom J.O. Wenn die Kanzler wird, dann ist Deutschland endgültig erledigt. Herzliche Grüße, ein Kobold. Oder auch hier, thankful for today. Ich selbst hatte bislang noch kein, zum Beispiel noch kein Regierungsamt inne. Das ist das Zitat von der Baerbock. Also beste Voraussetzung für das höchste Amt im Staate bei Frau Baerbock scheint es eine ziemliche Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Realität zu geben. Weiterhin von Hans M. Zitat. Ich traue mir auch Multimillionär zu. Nur leider fehlt mir genauso viel Geld dazu wie Annalena Kompetenz zum Kanzleramt. Und das ist extrem viel. Frank B. schreibt, oh, dann lebt sie wahrhaft in einer Parallelwelt. Welch eine Hybris. Und so weiter und so fort. Also die Kritik nimmt kein Ende hier. Definitiv nicht. Das ist jede Menge, was hier los ist. I had a dream. Zitat. Ich traue mir das Kanzleramt auch zu. Mein Alleinsperrungsmerkmal ist ein gesunder Menschenverstand und die Liebe zu meiner deutschen Heimat. Ja, so jemanden wünsche ich mir mal als Kanzler. Muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen. Ja, in diesem Sinne, nächstes Thema. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben. Kompetenz von Frau Baerbock oder auch Herrn Habeck, dem sie, der Vollständigkeit halber auch noch der Punkt, auch natürlich noch gesagt hat, beziehungsweise über ihn gesagt hat, ja, man werde gemeinsam entscheiden, ob oder welcher denn das Beste für das Land und die Partei wäre von den beiden Kandidaten. Sprich Baerbock oder Habeck. Wir zögern das bis zum Maximum raus. Sprich im Frühjahr nächsten Jahres wird darüber entschieden, wer das Ganze werden soll. Nächstes Thema. Zitat von der Welt. CDU will jedes Paket beim Online-Einkauf teurer machen. Ganz interessanter Punkt. Der durch den Lockdown gebeutelte Einzelhandel soll durch ein Pakt für die Innenstädte gestärkt werden. Zur Finanzierung will die Unionsfraktion Anbieter im Netz zur Kasse bitten mit einer Paketabgabe für den Online-Handel. Leute, da reißt mir ganz schnell die Hutsche. Man kann über Amazon, Ebay und was weiß ich, die ganzen großen Konzerne, dass die Steuersparmodelle Excellence, Par Excellence ausnutzen oder einfach die Gesetze ausnutzen, wie sie nun mal sind. Das muss man ja ganz klar sagen. Dass sie ihre Unternehmenssitze dann teilweise in Irland oder auch sonst wo in Luxemburg oder sonst wo haben und den möglichst geringen Steuersatz bezahlen. Warum machen die das? Weil sie findige Anwälte, Steuerberater, Experten auf diesen Gebieten einfach haben, die das Ganze umsetzen können. Und weil die Gesetze es zulassen, weil die Gesetze so geschaffen wurden durch die Lobbyisten in der EU. In Brüssel, die dafür hausieren gehen und das Ganze regeln, dass die Gesetze nicht schärfer werden. Und da kann man doch den Firmen keinen Vorteil machen. Das muss man doch klipp und klar mal so benennen. Das ist doch das Problem der Politik und dass die Politik mit dem Lobbyismus einfach ins Bett geht. Das kann man doch nicht anders sagen. Da kann man doch jetzt nicht sagen, ja ihr seid böse, weil ihr das nutzt, was legal ist und das ausnutzt. Das würde jeder doch von uns an der Stelle genauso machen. Da muss man doch fair sein. Nur, dass kleine Solo-Selbstständige wie ich oder der einfache Handwerker oder auch ein kleiner Restaurantbetreiber das Ganze nicht ausnutzen kann. Weil er die finanziellen Mittel nicht hat, weil er das Wissen dafür nicht hat, weil er die Experten, die Steuerberater, die ich angesprochen habe, dafür nicht bezahlen kann. Weil er seinen Untersehenssitz nicht einfach wie ein Internetunternehmen ins Ausland verlagern kann. Denke ich gerade danach, vielleicht sollte ich das mal machen, anstatt meine Steuern hier zu verschwenden, auf Deutsch gesagt. Weil wir sind ja daraus die Leidtragenden. Wir einfach als Solo-Selbstständige, als kleine, einfache, selbstständige Handwerksbetriebe und so weiter, die das nämlich kompensieren müssen. Und das ist doch unfair. Da kann man doch jetzt diesen Ansatzpunkt nicht als Lösungsfindung betiteln, sondern das ist eine Symptombehandlung. Und das ist doch mal wieder nur Schwachsinn. Das ist doch wieder Schwachsinn schlechthin. Also, und worauf läuft das hin? Darauf hinaus, die ganzen Online-Anbieter, wenn die da mehr bezahlen sollen, dann geläuft es doch darauf hinaus, dass sie diese Kosten einfach auf uns Kunden umlegen. Und das bedeutet in der Folge einfach, die Produkte werden für uns teurer. Der Einzelhandel wird definitiv nicht gestärkt, das brauchen wir uns nicht vorstellen. Der Einzelhandel wird gerade massiv abgestärkt und stirbt ab. Nicht nur durch Corona, klar, das ist ein ganz großer Punkt, aber durch Abschaffen der Parkplätze. Wir haben es gerade vor ein paar Tagen hier im Kanal besprochen. Abschaffen der Parkplätze in der Innenstädte, Umweltzonen in den Innenstädten, teilweise für Dieselfahrverbote in Innenstädten, Parkgebühren, wenn man denn einen Parkplatz noch findet in der Innenstadt. Je nachdem, Frankfurt zum Beispiel, habe ich mit dem Bekannten darüber gesprochen, zahlst du zwischen 4 und 8 Euro die Stunde, um einen Parkplatz zu parken? Das kann doch kein Mensch mehr bezahlen. Und wer will das denn bezahlen, wer es auch bezahlen könnte? Da sage ich mir doch, nee, da gehe ich nicht raus in die Kälte, da fahre ich nicht den Sprit weg, den spare ich mir auf, fahre ich lieber mal schön zum Nürburgring oder schön sonst wo wandern gehen oder irgendwas anderes, was ich machen möchte. Aber ich tue mir das doch nicht an. Oder auch Ampelschaltungen in verschiedenen Städten, die so gemacht werden, absichtlich, ich hoffe ihr wisst das, die so geschaltet werden, dass der Verkehr verlangsamt wird, damit die Fahrzeuge mehr stehen als fahren. Das kann man sich doch nicht mehr ausdenken, was hier los ist. Oder dass eine City-Maut in offener Diskussion ist. Dass man Geld dafür bezahlen soll, um in eine Stadt reinzufahren. Aber dann wird gesagt, ja, how dare you, ihr kauft ja alle online, das geht nicht. Da kommt wieder der Verbotsmonopolismus hier raus vom Staat. Ihr zahlt dafür eine Strafe an die Firmen. Im Endeffekt nochmal, kommt bei uns an, wird einfach umgelegt und wir zahlen die Zeche wieder dafür. Und ich finde das so, so zermürbend mittlerweile einfach. Thorsten W. in den Kommentaren schreibt, besser kann man es nicht timen. Es wird den Menschen untersagt, das Haus zu verlassen. Und wenn sie sich dann die Sachen nach Hause schicken lassen, wird eine Steuer draufgepackt. Quasi sind wir ja gerade in dieser Bedrohung ja auch noch. Ist es das Ziel dieser Politik, die Bürger zu schikanieren? Oder fehlt ihr lediglich jeglicher Menschenverstand? Tim R. schreibt genau meine Kritik, sehe ich jetzt gerade. Zitat, erst die Autos aus den Städten vertreiben und sich dann wundern, dass es in den Innenstädten bergab geht. Das war nämlich schon vorher so. Nicht erst seit dem großen C. C beschleunigt nur. Genau mein Reden. Selberdenker schreibt, Zitat, ich bin Online-Händler, möchte unsere Regierung lieber 100 Autos in der Innenstadt oder einen Paketdienst Sprinter, der 100 Pakete pro Tag ausliefert. Der Online-Handel verhindert den Verkehrskollaps in den Innenstädten. Das ist ein sehr guter Punkt, habe ich gar nicht bedacht. Ja, natürlich, kommt auch dazu. Lieber einen Sprinter, der im Weg ist, als 100 Pkw. Ja, Freunde, man kann diese Absurditäten einfach nicht mehr vom Tisch wischen. Es werden immer mehr. Und es graut mir einfach vor der Zukunft, wenn wir so 15 Jahre in die Zukunft gucken, wie unser Land dann im Vergleich weltweit aussieht. Wir werden nicht mehr diese Luxussituation haben, dass wir als Deutschland die Europäische Union mit hunderten Millionen, Milliarden Euro, die jährlich rausgeballert werden, finanzieren können. Dass wir da unterstützen andere Länder. Ich bin fest davon überzeugt und glaube, dass wir dann diejenigen sind, die diesen hier machen müssen, weil wir nichts mehr bekommen hier in unserem eigenen Land. Schreibt mal eure Meinung dazu rein. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Heute Abend wahrscheinlich Livestream. Bis zum nächsten und ciao.